Heute ist Samstag, der 23. Dezember. Heute öffnen wir Türchen 23 mit dem Thema, wie du das Jahr 2023 mit einem Rückblick gebührend beendest. Weißt du, ganz ganz viele Menschen sind so im Stress in der Weihnachtszeit, dass sie sich gerade auch einen Tag vor Weihnachten gerade damit beschäftigen, hey, ich brauche noch das Geschenk, das Essen muss noch und die Tischdeko und wissen eigentlich alle, wann sie wo sein wollen und sollen und jetzt gibt es eigentlich das Chaos. Du bist gestresst und dabei bist du dann irgendwann genervt und dann bist du alles andere als dankbar und glücklich, wahr oder wahr. Und wenn du gestresst und genervt und alles andere als dankbar und glücklich bist, dann triffst du auf deine Familie, denen geht es dann auch so und dann holt ihr gegenseitig eure Dämonen hervor. Und dann treffen eure unausgeglichenen Wesenheiten aufeinander, um eure Old Devil richtig miteinander tanzen zu lassen. Und das führt dann meistens zu diesen Stressmomenten, da gibt es Streit und Ärger, da wird geweint und so weiter. Dabei habt ihr euch doch eigentlich alle so ein richtig geiles Weihnachtsfest gewünscht. Und weißt du was, genau da fangen wir jetzt an. Warum? Das, was ich dir jetzt erkläre, sichert dein Weihnachtsfest und das deiner Familie. Also wie können wir das jetzt gebührend eigentlich beenden, dieses Jahr 2023? Ganz einfach. Indem du dich sehr bewusst hinsetzt und eine Rückschau hältst und zwar auf alles, das für dich in diesem Jahr ein Erfolg war. Also finde die großen und die kleinen Erfolge für dich im Jahr 2023. Wo hast du was durchgezogen? Wo hast du für dich eingestanden? Wo hast du dein Wort gehalten? Wo warst du pünktlich? Wo bist du aufs nächste Level gegangen? Wo hast du dich deiner Angst gestellt? Wo hast du eine Fähigkeit angeeignet? Wo hast du was gelernt? Wo warst du konsequent? Wo warst du liebevoll? Wo warst du dankbar? Was hast du für dich erarbeitet? Was hast du für dich erschaffen? Und wenn es Herausforderungen gab, welche Herausforderungen musstest du annehmen und was hast du dabei gelernt? Das ist der eine Aspekt. Das sind die kleinen und großen Erfolge. Und dann kannst du dir die nächste Frage stellen. Wofür bist du 2023 extrem dankbar? Wenn du diese 365 Tage nimmst. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember bis zum 23. Wofür kannst du so richtig dankbar sein? Wofür bist du aus ganzem Herzen dankbar? Und für wen bist du dankbar? Für was bist du dankbar? Und vielleicht bist du die Person in eurer Familie, die damit jetzt mal vorangeht, um dann, wenn ihr Weihnachten zusammensitzt, Heiligabend oder auch am 1. und 2. Weihnachtstag, eröffne doch mal die Erfolgs- und Dankbarkeitsrückschau. Und zwar mit deiner Familie. Fängst an und sagst, wisst ihr was, lasst uns heute doch mal ein kleines Ritual machen. Ich habe mir überlegt, wofür ich dankbar bin und vielleicht möchtet ihr auch teilen, wofür jeder Einzelne in diesem Jahr dankbar ist. Und dann fängst du mal an, darüber zu erzählen, wofür du dankbar bist. Als nächstes sagst du, ich habe mir auch überlegt, was alles so meine Erfolge waren, die möchte ich gerne mit euch teilen. Und vielleicht möchtet ihr mit mir teilen, was eure Erfolge sind. Und dann wirst du sehen, dass daraus eine ganz bestimmte Dynamik entsteht. Eine Dynamik, die die Energie des heiligen Festes auf Erfolg und Dankbarkeit ausrichtet, dass ihr euch viel intensiver kennenlernt, besser zuhört. Ihr lernt verstehen, was war denn bei diesen Menschen, die ich von meinem Herzen hoffentlich liebe, dieses Jahr sehr wichtig. Wofür sind sie dankbar? Was waren denn ihre ganz großen Erfolge? Und dabei wirst du merken, dass es eine bezaubernde Nähe gibt, dass es Verbindung gibt, dass es einen echten magischen Moment gibt und das wünsche ich euch zu Weihnachten. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, das auch umzusetzen, denn das ist ja der Durchstarter-Podcast. Das heißt, durchstarten gleich tun, gleich fuckere, gleich machen, gleich in die Umsetzung bringen. Teste das mal für dich und lass mich wissen, wie es dir damit Weihnachten ergangen ist. Ich freue mich, wenn du das machst und wenn du jetzt noch so einen kleinen Impuls brauchst für einen geilen Jahresstart, dann habe ich was für dich. Ich habe ein Transformationspaket, das besteht aus zwei digitalen Workshops. Einmal die Goal Masterclass für Ziele finden, formulieren und erreichen und einmal die Giant Masterclass für mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstliebe. Und ich glaube, beides im Bundle ist ein richtiger Kracher, wahr oder wahr? Und wie wäre es, wenn du 2024 mit vollkommener Zielklarheit und einem vollkommen neuen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstliebe anfängst in deine Größe zu gehen, deine Ketten sprengst, deine Handbremse löst und anfängst so richtig dein Ding zu machen, während du für dich einstehst, losgehst, rausgehst und endlich richtig sichtbar wirst. Ich packe dir den Link zu diesem transformatorischen Bundle einfach in die Shownotes rein und wenn es dich danach ruft, springst du rein, dann sehen wir uns in der Goal Masterclass und auch in der Giant Masterclass digital, jeweils auch mit Aufzeichnung. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und wir hören uns dann wieder am 24. Morgen, Heiligabend. Bis dahin, mach es einfach, du bist größer als du denkst.